Auf dieser Übersichtskarte kann man wunderbar unsere heutige Wandertour nachvollziehen. Wir sind mit der S-Bahn von Karlsruhe nach Langensteinbach-Sankt-Babra-Kapelle gefahren, sind dort ausgestiegen und sind dann diesen roten Wanderweg hierher gekommen, sind hier an der Pferderennbahn vorbei, weiter nach Ittersbach, sind hier abgestiegen ins Tal der Pfinz, um hier die Pfinzquelle zu suchen und haben sie auch gefunden. Dann sind wir zurück auf diesen Wanderweg, um nach Pfinzweiler zu kommen. Über die Hasenstock-Sägmühle sind wir jetzt hier am Waldrand angekommen und gehen jetzt hier am Waldrand weiter zur Schwanerwarte, um von hier aus diesen Wanderweg nach Neuenburg zu nehmen. Dort steigen wir wieder in die S-Bahn. Wo haben wir gepiknickt? Wo war das nochmal? Picnick haben wir eingenommen, da sind die Pfinz hochgestiegen, da an dem Waldrand. Da am Waldrand. Da habe ich euch ja fotografiert, das blenden wir dann auch ein. Ja, dankeschön.